Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Wir kommen jetzt als nächstes zum Thema Ratenkredit und hier geht der Preis an die ICANO Bank. In diesem Fall haben wir leider den Vertreter nicht hier vor Ort, deswegen darf ich hier Herrn Böttger begrüßen. Ja, danke. Heute also nicht nur Gastgeber. Und wir glückwünsche ich Sie stellvertretend sozusagen dazu. Die Gesamtbewertung hier war 5,7, also eine sehr gute Gesamtbewertung. Und ich möchte hier auch nochmal ein Zitat bringen, ein Kundenkommentar ist, die ICANO Bank ist einfach, unkompliziert und schnell in der Bearbeitung. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Und wir sehen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014.